Hallo, Toni hier von Ragentech, live von der Computex 2014. Ich bin zuständig für das Product Development, Tech Support, technisches Marketing und so weiter bei der Firma Ragentech. Ich darf euch heute vorstellen, unsere komplette High-End-Serie in der Core Edition, komplett in Schwarz mit einem speziellen Thermal Painting. Das ist keine Vernickelung, das ist kein Coating, das ist ein spezieller thermischer Lack. Diese Core Edition wird wahrscheinlich zum Ende des Jahres kommen für unsere komplette High-End-Serie, sprich den Nemesis, den Pallas, den Erebus, dem Themis Evo und zugleich den Morpheus auch. Zusätzlich haben wir für verschiedene Märkte auch anstatt der roten Serie, auch die schwarze Serie mit drin, sprich der Erebus, der Nemesis und alle anderen Kühleinheiten mit einem schwarzen Lüfter. Wie das Ganze aussieht, seht ihr natürlich hier. Das ist unsere sogenannte Black Edition. Das ist unsere sogenannte Lüfter-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie.